komm hier komm hier komm hier komm hier komm hier komm da drüben ist jemand wieso komm hier ich habe dich alles ich gehe etwas ab du kannst du komm hier 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 Rimm, Geiselnehmer ausgeschaltet. Die Geiseln sind im Kesselraum. Hier ist alles mit C4 verdrahtet. Verstanden. Brauchst du das Rimmkommando? Die sollen sich bereithalten. Keiner kommt rein, bis ich alles durchsucht habe. Verstanden. Ich muss da runter, anscheinend. Okay. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Seien Sie leise. Hilfe ist bereits auf dem Weg. Ruhe bewahren. Hilfe ist unterwegs. Das müssen Sie ja nicht mit ansehen, ne? Wir sollen ja keine toten Menschen auffinden. Ja, bis denn. Nein, was machst du denn da? So eine Scheißwaffe aufgenommen. So eine AK. Ich finde meine Waffe nicht mehr. Wir werden jetzt mal alles schöner runter werfen. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das jetzt tue. Ich mache es einfach. So, AK. Ja super, jetzt finde ich meine Scheißwaffe nicht mehr, oder was? Na super, jetzt habe ich so eine Scheiß-A-K. Und eine Dämpfte. Keine Ahnung. Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Rohren an der Decke. Die dürften dir helfen. Okay, das war schon mal cool. Okay, das war schon mal cool. Okay. Scheiße. Das war mehr als professionell von mir. Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Huren an der Decke. Die dürften dir helfen. Einen von den Viechern sollen wir auch einfahren. Er soll aufhören sich dann direkt dahin zu stellen. Was? Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Huren an der Decke. Die dürften dir helfen. Ich kann sie doch sehen. Ich kann sie doch sehen. Okay, der ist da. Okay, hier sind noch drei Stück, einen soll ich gefangen nehmen. Die anderen beiden muss ich vollstrecken. Das ist ja am einfachsten, wenn ich die natürlich... Da muss ich natürlich gefangen nehmen sein. Wir gehen jetzt erstmal hier zur Seite. Ich höre wohl schon Gespenster. Da muss sofort eine Granate reißen. Gibt es mehr Deckung? Geht krass los! Splittergranate los! Da ist das Gesetz! Da drin erreicht wir ihn nicht! Wir kommen da nicht rein! Was jetzt? Ruhig! Wir finden ihn! Glaubst du, der ist noch da drin? Ist vermutlich weg! Verteilen und alles durchsuchen! Ich könnte hier Hilfe gebrauchen! Okay! Ganz ruhig mein Dicker! Ah! Haben wir es noch geschafft! So! Wieder ein wenig auf dieser Verwahllusten Welt! Okay! Hier ist nichts! Ich müsste Ausrüstung mal ändern! Ah! Geht's auch schneller! Okay! Hör zu, Sam! Das ist ein alter Abwassertunnel! Wie es aussieht führte zu einer Wasseraufbereitungsanlage! Ist vielleicht ihr eigentliches Ziel! Was ist das denn? Nice! Die Drohne reagiert nicht mehr! Sekunde! Ich schicke noch eine! Deine Männer sind bei der Wasseraufbereitungsanlage! Wieso? Fahr zur Hölle! Ich sag's dir! Eine Biowaffe! Sie benutzen eine Krankheit! Sie vergiften die Wasserversorgung? Wie entschärfe ich die Bomben an den Geiseln? Der Code! USB-Stick am Gürtel! Ich hab dir alles gesagt! Hab dir geholfen! Du kannst mich nicht töten! Bitte! Grimm! Haben mitgehört, Sam! Ich hab einen USB-Stick! Verbinde ihn mit Opset! Gib sie ins Sondereinsatzkommando weiter und bedanke dich für ihre Geduld! Die Überwachungsdaten zeigen, dass die Transporter vom Flughafen seit einer Stunde hier sind! Scheiße! Kommen wir zu spät? Keine Ahnung! Okay, das machen wir mal nebengelassen, weil er uns ja auch wirklich netterweise geholfen hat! Und da wollen wir mal so nett sein! Und ihn gefangen nehmen! Wir sind ja schließlich kein Richter! Ah! Ah! Ausrüstung! Sekundärwaffe! So das hier will ich wieder haben! Nix anderes! Guck mal was sie freigestellt haben! Die SMR! Ah! Ah! Normalerweise ist es ein SMR! Aber hier heißt der SC-400! Passern haben wir freigeschaltet hier! Gut, ich hoffe jetzt haben wir wieder... Ja, jetzt haben wir wieder unsere Sniper! Ist gut! Okay, Sam! Noch ne Info zu den Drohnen! Ein Schuss schaltet sie aus! Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch! Am richtigen Ort, zur rechten Zeit... Du weißt schon! Du gehst! Drohne nicht länger... Schatz, Alter! Du gehst! Nice! Nicht tot! Hier sind mehrere Schüsse! Aber nur ein Schuss! Okay! Okay! So! Hab ich jetzt wieder! Jawoll! Hab ich jetzt wieder! Scheiße! Die Drohne ist abgeschmiert! Okay! Okay, Sam! Noch ne Info zu den Drohnen! Ein Schuss schaltet sie aus! Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch! Am richtigen Ort, zur rechten Zeit... Du weißt schon! Komm her! Komm! Komm! Komm schon! Der Asch kommt nicht! Drohne abgeschmiert! Drohne abgeschmiert!